Yo Leute und damit Willkommen wieder zur SPARK CHALLENGE Ja! Hier! Zur SPARK CHALLENGE! Zur SPARK CHALLENGE! Mit Sandus! Und nicht nur wieder zum bekloppten Projekt Komm ich geb dir den Beat Nein will ich nicht Hey Zwep! Jo wir sind hier in SPARK seiner CHALLENGE Du bist der Ficker Boy Ja das ist voll WIZZER! Ich hab WIZZER gesehen Hallo Ja Oh ich muss ja nichts essen Der DIP 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 Der kleine PICK der hängt hier in den Stein drin Der kleine FICK Der kleine PICK Oh mein Mein Twank ist alle Ich muss mal einen neuen Twank nehmen Du bist krank oder? Nein mein Twank krank krank Boah die Gas ne? Ehrlich schon wieder so viel aufgetaucht So hier erstmal zu machen damit ich da nicht runterfalle Boah 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 Ach ja auch mein stärker dann hat er aufgehört zu werden stimmt ja so hier muss ich würde sagen ich mache es aber ja keine ahnung war nicht wieder einschmeiß entweder ein bisschen mehr gegner oder besser ich wollte mich gerade was macht der zombie pigment alter dachte wollte mich angreifen weil wir gehört ich habe nur drei stück mit können habe ich auch und davon habe ich nur zwei obwohl die will so leicht gekehrt also das problem sind ja immer nur die place schon wieder vor der tür stehen die ganze sogar damit weg boxen ja toll und den drink ich schieße sie mal weg habe ich nur noch ein pfeil das ist weil du mehr schärfe drauf hast auf dein spät nicht so wie ich wo kommst du denn her das habe ich gar nicht mitgekriegt nein 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 ich gehe schon wieder drauf wie ein kackwäser ne cuanto heil bitte dich hoch halt ich habe nur noch ein herz warum stippst du nicht einfach wieder die gas das geile ist bei zwei gleichzeitig machen untergekickt hallo ich treffe ich natürlich nicht weil sie jetzt schon natürlich sei es noch zweiter ja zwei stück schon wieder warum krieg keine köpfe mehr tut mir das so nicht doch ein kopf nur noch gesundheit nein du sollst doch nicht wundervollen jedoch place 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 wirst du schwert da geht es doch nicht weiter das hört sich immer an ja wie die katze das katzengeräusch so das ist noch ein stückchen hier scheiße hi herr blaze ein holzschwert einfach mal unter den füßen weg gas danke jetzt hängt es auf den zaun drauf muss mein gast freund hier bin ich da gibt es auch das fleisch man ist das jetzt ist es runter gestern da oben gestern hält auf den zaun drauf dreht sich im kreis und springt runter soll nochmal das geräusch wenn die wenn du dies das ist kacke echt so wie du ne doch du musst dich immer beleidigen das magst du ne ja ich bin spaß ich bin kein spaß für mich nicht ich hab auch gefühle ich bin spaß ich hab auch gefühle fühle 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 du hast keine gefühle ok hallo herr wiser hallo herr wiser hallo herr wiser na herr wiser wir haben ein dringendes gespräch mit ihnen wollen sie nicht einfach mal ein bisschen näher zu mir kommen ach man jetzt finde ich natürlich wieder keine wiser skelette toll meinst du ich finde noch welche Wo sind Sie dann hier ich glaube man sollte mehr die anderen weheln was geil ist wenn eineicians bottom wo und wo andre dann siehste wenn wirst du da ist das wieder weg also ne ich weiß ja ob man auf normal mal stellen sollte auf der mare kommen hab ja auch normal ich hab aber nicht wirklich auch was kanns ja auch schwer stellen könnte ich auch hätte ich glaube ich mit dem stärke mit den stärke trank und mit der schärfe schwert kein problem mit ehrlich ich stelle mal kurz ein bisschen auf schwer weißt du reißt du dir das arschloch offen ist doch so ich weiß ja nicht aus dem mund oder so da wer denn da die wiese eingebaut ihr misst ich ja ich bringe auf die runter nein ist das durch die wand gepackt eben oder was habe ich verrecken lassen ich glaube er verrecken lassen auch schwer ginge ganz schön schnell drei user kann weiß ich glaube dann passt auch schwergestellt jetzt auch noch mit einem schlag weg glaubt die sparen doch noch ein bisschen besser dadurch aber das heißt es jetzt auf den sack geht die place ist auch da bin ich aber reingerannt alle die schießen öfters die scheiß places schrei mal eigentlich schießen immer nur dreimal nein die schießen aber also die haben ja sonst immer lange gewartet bis zu wieder geschossen haben wir jetzt ja untereinander der die man nicht so an doch ich hätte mir vorher ist das trend machen soll hier mache ich auch noch zu eine minute 20 nur noch menschen und stärke dran ja ich mache sofort den neuen rein ins gesicht und dann habe ich nämlich noch ein ich habe jetzt letzten auch eingehauen ja ja noch länger dann eigentlich ich dann wieder auf die acht minuten ja hab ich gesehen dann müsste ich eigentlich auch hier raus obwohl ich kriege ja so gekillt ja klar aber im stellgedanken box sie einfach und dann ist tot kann das sein dass sie gar weniger geworden sind dadurch weiß ich nicht ich glaube hier habe ich gerade keine gas ich hatte gerade noch ein gas ja aber scheint mir auch zu weniger zu sein das jahr noch nicht mehr spawnen dadurch ja jahre die wäser schon wieder auf einer seite alle wäser hätte ein dringendes also viele wäser spawnen auf einmal hier zwei vor mir so schön ein schwankchen da ist das scheck ich bin da hinten und das kramien und das ja schon wieder wäser und ausgeleuchtet so werde ich den spawner von dem weg 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 von mir was sind los nachdem wir vielleicht schnell glaubt die schweine sind auch mehr gieß und hält aber bis jetzt habe ich noch kein kopf mehr nein du traust mir nicht du traust mich nicht ich brenne ich brenne bürren bürren das und feier nicht mehr ich glaube ich krieg weniger feuer schaden jetzt mit einmal nein er hat das gelett untergeboxt trotzdem spawnt irgendwie nicht mehr schon wieder gas alter ich dachte das wäre ein kopf gewesen den ich vergessen hätte aber nur ein stück kohle was auch schwarzes wasser am drehen war aber du solltest nicht so denken kannst du nicht vier minuten ja ich hab dich auch gern so scheiße zu kriegen mein gott was für ein erfolg gar kein was für ein erfolg das ist das wir haben müssen also eine aufgabe ja ich bin bei mir schon wieder komisch und ich habe schon auch schwergestellt oder welche wieder friedlich einfach mal schwer aber wie sie machen können wir nicht noch mal neues bauen also schwer gemacht wird er war einfach friedlich gestellt und dann noch mal auch schwer wieder weil dann können die aber erst mal so aus dem menü raus dass sie dann weg sind und dann danach auch nicht wirklich lohne lute der fleisch hat doch einen schaden habe ich nicht noch jetzt sterben wenn du gestern ich habe auch eine lone lute nach oben was lauer und eine lone rute auch in der ich weiß nicht alter nein aufgetaucht gibt mir doch mal nicht ein schädel ehrlich hallo wieso willst du da runter kommen oder nicht eigentlich bräuchte ich einen echten schwert mit blut drauf hat aber auch nicht fehlt gebracht damals bei mir ne ne wow du bist so schnell verloren hast ja leider das ging viel zu schnell wow alles gelehrt ouch vielleicht müsste man auch die pikmans einfach hier töten ah können nämlich sein ich glaube auch ey ihr scheißdinger ey ich glaube ich greife die jetzt auch an hi pikman oh ne witz ey oh vielleicht spawnt da wieder neue monster weißt du die du musst jetzt nur mehr aufpassen ja ja alter blaze blaze zwei wizard blaze und pikman ey ja das ist auch nicht besser oh 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 ich habe kaum noch leben ey nein brenne ah wo kommen die jetzt alle her wo kommen sie her wo kommen sie her die pikmans sind so dämlich ja die waren aber in feuer die rennen erst mal runter nein oh ich muss auf jeden fall mehr stärketränke machen ich bin gleich tot und ein paar andere tränke auch noch nein bist du tot ja und das müssen wir gleich beenden ich geh schon mal aus dem spiel ja ja ich find's geil aus ich bin schon wieder tot ich muss mal gucken was ich für einen Regeneration dritterlang brauch für den starken jo leute und dann bis zum nächsten mal tschau tschau tschüss